Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Grundlagenvideo sozusagen über Asamara Club Cruises. Ich bin ja gewesen zwei Tage lang auf der Asamara Quest und zwar in Warnemünde. Asamara Club Cruises gehört zum Royal Caribbean Konzern, hat aber tatsächlich, ja, wenn man so will, inhaltlich wenig zu tun mit Royal Caribbean. Es ist quasi der Gegenentwurf von den Schiffen her zur Harmony of the Seas. Ja, das Ganze ist oberes Premium Segment. Ja, was heißt das? Premium Segment würden wir ja sagen, das sind Redereien wie Princess Cruises, Tui Cruises, Holland America Line oder aber Celebrity Cruises. Ja, und Asamara ist so ein bisschen darüber angesiedelt. Es ist kein Luxus, was man beispielsweise auch daran erkennt, dass die Kabinen dann am Ende eben nur eine normale Größe haben. Zwei Schiffe, habe ich schon gesagt, Asamara Quest und Asamara Journey. Und ja, das sind Schiffe der sogenannten R-Klasse. Das sind Schiffe, die früher für die Reederei Renaissance Cruises gefahren sind, die es nicht mehr gibt. Es sind kleinere Schiffe, um die 700 Gäste, also sehr, sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Ja, und ja, wer die Schiffe schon ein bisschen länger kennt, der sieht so richtig viel, hat sich nicht verändert. Ich war ja nun, wie gesagt, auf der Asamara Quest. Die ist früher mal unterwegs gewesen auf dem deutschen Markt als Delfin Renaissance. Ja, und ja, man sieht so ganz viel, also wer sie von da kennt, hat sich nicht verändert, auch wenn man sie 2016, also in diesem Jahr, renoviert hat. Ja, und das Ziel ist so ein bisschen, ja, ist so eine Country-Club-Atmosphäre an Bord entstehen. Das Essen an Bord, ja, ich war im italienischen Spezialitätenrestaurant, am Pool-Grill- und im Buffet-Restaurant. Das war in dem Moment, muss man sagen, gut bis sehr gut. Ja, wobei, wenn man nur so ganz, ganz, ganz kurz an Bord ist, ich habe halt nicht mehr da übernachtet, sondern im Hotel übernachtet zwischen beiden Tagen. Es ist echt sehr schwierig, da wirklich was zu sagen, was jetzt wirklich valide ist, also dafür müsste ich noch mal ein bisschen länger an Bord gehen. Ja, für wen ist Asamara geeignet? Also wer Interesse hat, ein bisschen länger auch an Land zu sein, ja, dann ist es eigentlich optimal, denn das ist quasi so der Markenkern von Asamara, dass man irgendwie sagt, so wir legen nicht an von 9 bis 16 Uhr, sondern teilweise sogar, ich habe mir so ein paar Anlaufpläne angeguckt, 8 bis 23 Uhr, also richtig lange. Ich hätte sogar eine Chance, dann irgendwie an Land zu Abend zu essen, was ja sonst kaum geht. Und das ist ja so, Schiffen im Massenmarkt, sagen wir mal so, eigentlich total unüblich, ja. Ich meine, es hat halt auch ja Nachteile für die Reederei, ne. Ich meine, ich kann ja dann bis 23 Uhr, bin ich im Hafen, kann ich hier die ganze Zeit das Casino gar nicht öffnen, habe ich ja keine Einnahmen. Also eigentlich, ja, das ist für die Reederei schon, ja, mit hohen Kosten verbunden. Also dementsprechend kann man das gar nicht, ja, kann man das gar nicht hoch genug bewerten eigentlich, ja. Für Kinder ist jetzt Asamara meiner Einschätzung nach nicht unbedingt geeignet, weil ich eben jetzt keine speziellen Einrichtungen für Kinder gesehen habe. Das Ganze ist ein bisschen konservativ, hatte ich das gerade schon gesagt, das soll so Country-Club-Atmosphäre sein, ne. Ja, und wie ist es mit dem Routing? Ja, das ist eben auch ganz wunderbar, das ist eben nicht so, dass man jede Woche im Kreis fährt, so, sondern es gibt eben, ja, spannende Routen. Also für alle, die es irgendwie satt haben, jetzt irgendwie so die Standard-Häfen immer nur im westlichen Mittelmeer anzufahren, der ist da eigentlich richtig, ja, weil es da irgendwie mal Sachen gibt, die andere eben nicht im Angebot haben. Ähm, es gibt im Prinzip ein All-Inclusive-Angebot. Wie sieht das aus? Es gibt Wein, Bier, Cocktails, Spirituosen, Softdrinks, Kaffee, Tee, Wasser in Flaschen. Wobei man sagen muss, die Auswahl an Spirituosen, die ist beispielsweise nicht so umfangreich, wie man das von TUI Cruises kennt. Etwas weniger, ja. Oder, ja, deutlich weniger. Wobei man sagen muss, am Ende wird man nicht verdursten, ja. Ähm, wer dann da mehr möchte, wer tatsächlich sagt, so, okay, eine Sorte Wodka reicht mir nicht, ich brauche drei bis vier, der kann dann noch ein Getränkepaket buchen. Was auch im Preis enthalten ist, sind die Zwangstrinkgelder. So nenne ich das ja immer so ganz charmant. Also die Gebühren, die normalerweise auf amerikanischen Schiffen, auf internationalen Schiffen fast immer anfallen, ähm, pro Tag, das ist dort im Reisepreis enthalten. Also sehr bequem. Was auch eine ganz nette Geschichte ist, finde ich, es klingt zumindest, so habe ich ja nun auch nicht erlebt, das sind die sogenannten Azamazing Evenings, ja. Das ist irgendwie ein abendlicher Ausflug auf Reisen von einer Woche, mindestens einer enthalten. Das kann zum Beispiel mal eine abendliche Strandparty sein, wenn man in der Karibik ist, so, das ist eben, ja, wie gesagt, im Preis enthalten. Das klingt eigentlich, ja, ganz charmant aus meiner Sicht. Wenn man sich mal so jetzt die Preise anguckt, dann sieht man Angebote in Kabine, ja, so um, teilweise schon bei Angeboten, um die 120 Euro pro Nacht. Da muss man einfach mal sagen, das ist ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Also für den Preis, ja, das kann ich auch sagen, ohne da jetzt wirklich lange an Bord gewesen zu sein, weil man ja so ein bisschen den Grundeindruck hat. Und das ist einfach tatsächlich für das Produkt eigentlich zu günstig, ja. Ja, am Ende, ich weiß nicht, wie das so für den Royal Caribbean Konzern läuft mit Azamara. Ich meine, vielleicht gibt es auch Gründe, ja, warum man, also es wird sicher auch Gründe geben, warum man, ja, bislang die Flotte noch nicht erweitert hatte und wirklich bei diesen zwei Schiffen nur bleibt und nicht einmal höher geht. Das ist quasi so die einzige Marke im Royal Caribbean Konzern, die stagniert, wenn man so will, ja, weil man keine Neubau bestellt. Oder ältere Schiffe kauft, was auch immer. Ja, also ich hoffe, ich habe euch jetzt mal so ein bisschen neugierig gemacht auf Azamara Club Cruises. Wenn ihr euch mal Angebote anschauen wollt oder, ja, nicht immer zwingend nur Angebote, sondern auch reguläre Reisen, dann klickt mal auf den Link, da könnt ihr euch mal umschauen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.